Viren, was ist? Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Z-Time I Got Reincarnated as a Slime – Isokai Chronicles. Z-Time I Got Reincarnated as a Slime – Isokai Chronicles. Z-Door, ich hab mir einen Wolt. Ich habe mir Angst, dass es in die Welt kommt und ich zu mir nicht in die Früh. Will ich Hisjeblatt hat, dass ich dieses Regime habe und ich meine Ahnung habe. Ich finde es wichtig zu tun. Ich habe mich nicht dieände, sondern da was ich gern in die Stadt. Um ein bisschen ... Ja, das ist ja. Ich bin ein wenig, ein wenig im Anfänger. Ich bin nicht mit einem wenigen, was ich verrückt? Oh, gut. Wenn du auch ein Mann auswählst, dann würde ich mal über die nächste Handwerks sprechen. Wie gesagt ... Wie gesagt, Jörg und Gluisus ist jemand der Liege des Gäste? Du, du, ist das Älteste? Ich glaube, wenn du nur ein Schiong und ich sehe. Ja, nur so sehen. Du bist... Aber... Ich würde auch nur meine Gesichter sein. Du bist... Du fühlst dich so cool aus. Es gibt auch ein paar Punkte, aber... Auf jeden Fall... Ich bin sehr stolz, Sion. Gut, damit werden die beiden auch abgeschlossen und weiter geht's mit den Hauptquests dann. Ah, sehr schön, da muss ich einfach nur Gegner besiegen. Ich glaube, das ist leider auch eine süße Früchte. Solange kein anderer da ist, beginne ich mit der Völlerei. Scheiße, da noch Fugeli. Sehr schön. Biss auf hoch, damit haben wir schon zwei. Ah, das war zu spät, ja, gefährdetes Arme. Blattes Leder, ne, da muss ich auch auf jeden Fall Gegner töten. Jetzt hab ich die Vögel zum Schacht zukommen lassen. Was ist der Scheiß, da noch Fugeli, ey, steh auf. Müsst du die Scheiß aus dem Live vögeln dafür, dass du mir gerade meine Kombo kaputt gemacht hast. Blattes Leder, noch einmal. Hallo? Hallo? Sehr schön. Ja? Ich weiß ja nicht, ob die mir doch das Leder gibt, diese Ameise. Ich weiß ja nicht, ob die Session ist. Los Gabiru, mach mal was für deinen Soldat. Sehr gut gemacht Gabiru. Und Sascha brauche ich nicht zum Endboss. Das war's für mich. Ich habe das Ziel erreicht. Okay, ich habe das Ziel erreicht. 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 Mimuru, ich bin willkommen. Wie war es der Teile? Oh, Besta. Ich habe vieles gemacht. Ich werde mit dem neuen Teile. Das war's für mich. Wenn es notwendig ist, werde ich mit mir beantworten. Danke. Ich werde die Dwarven für die Dwarven. Das war es immer mehr, wenn die Reise abzunehmen. Aber ich habe es natürlich auch schon darüber nach. Ich habe die Reise von Doargon geflügt. Entschuldigung, so gehen Sie. ... Das war die Reise der Reise von Suona und Sionn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich weiß nicht, dass die Zeit, die Tempest auf dem Tempest. Angellus ist nicht so stark für seine Macht als国. Aber es ist nicht so stark, dass die Köln-Angellus und die Köln-Angellus-Karizma nicht so gut ist. Bitte, bitte. Ah. Ah, das... Oh, du warst... ...Sunday? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass die Köln-Angellus und die Köln-Angellus haben. Ich habe mich wirklich darüber nachgeschrieben. Ich habe mir das Wort gemerkt. Wer ist der Wettbewerb? Was ist der Wettbewerb? Ich habe es keinen Grund, was ich gehört. Ich habe keine Wettbewerb über das Wettbewerb. Aber ich kann nicht wissen, dass die Wettbewerb von Angelus nicht mehr sein. Ein Wettbewerb ist das Wettbewerb. Das war die Bezug auf Schild. Wenn Dwarvenkel in der Erde auf dieses Weltkrieg ist, muss man sich nicht leiden. Dwarven auch so ein Schild? Ich darf es gleich ein Problem haben. Wenn Dwarven ein Flüchtling von Tempest ist, besteht die Technik in dei ränkungen in die Zukunft anstreng. Es ist jetzt ein Freund... Es verdammter Art. ... ... ... Ich bin der Mensch in der Zeit lang nicht unter dem Arschluse. Okay, dann. Oh, Shion, ich hab immer noch zu essen. Ich bin der Angst. Wenn ich noch eine Lübelmüse komme, kann ich mir nur sagen. Ich bin der Hamelmüse, oder Ängels. Ich bin der Angst. Und ich bin der Magist. Das war's für mich. Oh, das ist die Frau wirklich... Entschuldigung, ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Haha, ich habe mich nicht verletzt. Hey, Riegel, bitte. Entschuldigung. Das ist schon die Entfernung von uns. Das war's für mich. Aber wenn du ein wenigstens anstattest wirst, dann kannst du es nicht mehr anstattest. Willkommen! Du hast es, Slime! Ich bin hier! Ich bin hier! E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! Das war's für heute. Angels? Ich denke, ich habe sehr viel vorhin kommen. Was hast du erzählt? Ich habe gehört, dass ich die Jura-Geläge und die Oberfläche und die Veldra habe. Aber ich habe es nicht gesehen, aber ich bin nicht gesehen. Ich glaube. Was das für Slym-San? Ich glaube, ja. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, dass ich die Nachrichten nicht gesehen habe. Herr Slime, bist du okay? Ja, ich bin okay. Ich habe das Gefühl, dass ich die Slime-Slampe gesehen habe. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Das ist doch, was ich gesehen. Das ist es. Es war ein Knotch. Ich habe es gesehen, nicht wahr? Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so machen kann. Aber ich hatte mir einen guten Sinn aus. Was ich? Ich dachte, dass ich das leitigste. Ich denke, dass ich das leitigste sein kann. Ich bin so in diesem Bereich, dass ich das leitigste. Danke. Ich habe gesagt, dass ich so vieles Abend anleitung habe. Das war's für heute. Sie haben alles in den Dwarven geplant, und auf dem Weg zurückgekehrt. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich den Dwarven auf den Dwarven geplant habe. Ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist. Ich weiß, dass die Eurazania mit den Eurazanien auch gut funktioniert. Ich weiß, dass die Tempest auch großartig ist. Ich weiß, dass es für alle, dass sie sich頂ig machen. Oh, danke für die Rede! Ich habe den Geist, um auch in der Halbauten. Ich habe gesagt, dass ein Geist auf der Halbauten ist. Ich habe noch einen Geist, den ich noch nicht um den Geist. Ich habe immer noch eine gute Idee. Ich habe noch einen Geist, den Sie zu sehen. Dankeschön, dass ihr zusammengeholt habt, was ihr ihr habt. Ich bin sehr heureux zu sein, weil ich mich so sehr liebte haben. Stimmt's, Rimmel hat sich studiert, aber ich bin wirklich wiederholt. Wenn du jetzt mit dir noch Zeit hast, können wir doch mit einem Ge械 zu fahren? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Warte nach so und dann schon in einen Trainingsrampf wechseln. Ich komme. Ich bin. Ich bin. Das ist gerade sein Schild regeneriert. Richtig jetzt auf die 100 voll. Äh, wo bist denn du? Der letzte Skill, der mir fehlt. So, Roboter sollte ich auch auf die 100 voll bekommen. Hier oben fehlt noch. Ganz klar nicht. Du bist noch keine 100. Jetzt hast du 100%. Du bist schon 100. Du bist noch weit von den 100 entfernt. Das heißt, du wirst nichts. Ganz knapp. Wie wird es noch dauern? Ja. Ganz knapp. Ja. Nicht mehr so viel. Gar weh du. Ich brauche auch noch ein bisschen was. Ja. Lito. Was machen wir mit dir? Wir werden erstmal die Verteidigung voll hoch machen. Nein. Oh nein. Oh, du hast du schon wieder zurückgebracht, aber du hast du schon wieder trainiert? Oh, du hast auch noch trainiert? Ja, ich habe auch noch nicht geholfen, aber ich habe auch noch eine neue Waffe zu trainieren. Rimmel, wenn du hier bist, kannst du es sehen? Oh, du hast auch noch eine neue Waffe? Jetzt habe ich es gut. Ich bin sehr dankbar. Ich hoffe sehr. Ich habe mich überrascht. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Ich kann mich für dieses Spiel befreundet werden. Ich kann mich für dieses Spiel befreundet sein. Einfach das. Ich kann mich wirklich nicht auch nicht verlieren. Es ist okay. Es ist okay. Schade könnte klappen dürfen. Ich mach das einfach so als normalen Angriff, ok. Bei anderen ist es ein Spezialmuff, bei ihr ist es ein normaler Angriff. Warte, 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 warte. Wir schauen, dass wir ein Spezialmuff, um herauszusehen. Nicholas etwas Neuer, oder? Ich habe mich eine Bauteileid, ich bin alle! Wir werden noch gerne um you. Das ist ein guter Verkulizer. Reckolder ist over. Ich habe mich sehr interessiert, aber ich habe mich sehr interessiert. Ich danke dir. Ich habe mich sehr interessiert. Wie geht es nach Dwarven zu sehen? Ich habe mich sehr vergessen. Ich habe mich sehr interessiert. Ich habe mich sehr interessiert. ich kann nicht die nördlichen höhlen war ganz werde ich beim nächsten mal machen in der nächsten Aufnahmesession bis dann würde ich sagen tschüss hauen sie da meine Freunde und bis zum nächsten mal bis dahin Outro Untertitelung des ZDF für funk, 2017